Zwei bedeutende Mentierer befinden sich in der Nähe des Ortssteils Anfiano. Von den beiden, die Anfiano das Erste und Anfiano das Zweite getauft wurden, ist nur ein Teil des Zweiten erhalten. Der Salento ist mysteriöserweise reich an Dolmen und Menchiren und hat sehr viele tausendjährige Megalith-Formationen, die weltweites Interesse hervorrufen. Sie sind der Nachweis, dass Menschen schon zur Urzeit im Stadtgebiet Kanule gelebt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017